Können wir ihnen irgendwie dann in den Lotto halten? Natürlich, siehst du jetzt mehr Junge. Also was ist in deinem Geheimnis? Pflegezimmer weiter. Reise nach Paris. Also, du hast es endlich in Paris geschafft. Oui, wie sie sagen. Nicht ich, weil ich nicht französisch spreche. Aber es war eine große Erfahrung. Besonders für Chloe. Ich kann sie sehen, sie liebt es dort. Ihr habt ihr gefühlt, dass sie auf eine Familie-Adventure gehen. Wie geht's Joyce? Wie geht's Joyce? Hm. Prescott Family. Prescott Family. Was denkst du über sie? Verrücktes Wetter, was sagt er dazu? What do you think is going on with all of this crazy weather and animals dying? Nobody knows, right? It is Nostradamus type shit. Pardon my French. But all I actually care about now is Chloe and Joyce. My family. Rachel Amber, was ist damit? Chloe, was haben wir darüber? Chloe, was haben wir darüber? Ich bin froh, dass du hier bist. Ich bin froh, dass du hier bist. Sie ist so auf mich. Sie ist großartig. Ich bin so glücklich, dass du hierher helfen bist. Und dein Vater sei. Ich bin so glücklich, dass Joyce hierher uns beide helfen ist. Max, ich würde einfach nicht denken, was mit Chloe passiert wäre, wenn ich hier nicht gewesen wäre. Oh oh. Ich lege jetzt immer. Ne. Ja, komm. Ich bin froh, dass Chloe und all das High-Tech-Equipment sind. Du solltest. Du könntest ein paar Mansionen kaufen kaufen, für was es alles kostet. Die Insurance hilft. Aber ich... Ich weiß nicht, Max. Ich weiß, es muss sich schwer auf dich. Financially. Diese Bindungen sind eher wie zerstört. Wir müssen unsere Zuhause betrachten, und das ist ziemlich schade. Aber wir werden es überprüfen. Der Preis ist immer richtig. Entschuldigung? Nein? Ich muss nachdenken, ob Chloe braucht nichts. Es war so großartig mit dir wieder zu sprechen. Du schaffst, wie es das letzte Mal ist. Und bitte, schaffst mich von diesen Bindungen, wenn du willst. Gut, das haben wir gemacht. Was haben wir hier? Was haben wir da? So, hier unten wäre das dann alles. Was haben wir denn da? Flyer. So schlimm steht es um die. Oh man, noch mehr Schulden. 1.250 Dollar pro Monat. Ach du Kacke. Sind die eigentlich wahnsinnig? Das Foto steht immer noch hier. Das Foto steht immer noch hier. Was haben wir hier? Oh, Joyce. Oh, Max. It is so nice to have you around. Oh, no. I didn't realize how bad Chloe's entry really was. Okay, anscheinend geht es jetzt ziemlich schlecht. So, was kann sie uns denn so? Good morning, Max. Oh, you and Chloe are so much quieter now than when you were kids. I remember. It's nice to wake you up in your house again. Oh, William and I love it. Finally seeing you and Chloe together after all these years after the accident. Was sagt sie denn zu Chloe? I know Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max. You're Chloe's best friend for a reason. You'll hear exactly when she needs you. Who helps Chloe out when you guys are at work? We have a series of revolving nurses and Kaya take his... Chloe still causes trouble even if she can't move. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak and she... She... Do you know what I'm saying? Joyce. I'm so sorry, you have to go through all this. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family. And we'll always be one. No matter what. Was sagt sie denn zu William, den wir gerettet haben damit? Deswegen will noch der gleiche, Chloe and William. Das würde ich gerne wissen. Chloe and William seem like they still get along so good. Yeah, those two are closer now more than ever. Chloe will actually listen to William while she... Usually ignores me. Though it's so cute when they gang up on poor old me. Evil, Joyce. Shit. Things would be different if I did. I like how you think, kid. Hmm, what's that? Joyce? Joyce? What are you doing? I'm doing the best I can, Max. I won't lie. It's difficult. But nobody said life was easy here in Arcadia Bay. You know someone named David Madsen? He, uh, might hang out with the two wheels. Well, that was random. Yeah, he's a bus driver. He comes in sometimes. Hugh, quiet. Why? Oh, um... So is there not really drauf. Curious. You always were. Nice to see that everything doesn't change. Öko-Chaos. Es ist viel Arbeit. Plus... You guys have to work too. Ah, Bill and I have no time for ourselves. We're working more than we live in. I even had to take a part-time gig at Pan Estates. Ugh. You know the Prescott's? I know that Sean Prescott won't be happy until he owns everything in Arcadia Bay. Also genau wie den anderen. Öko-Chaos, was sagt sie dazu? So... What do you think is going on here with all this... Öko-Havoc? Maybe Arcadia Bay just wants to be left alone. I know the feeling. Honestly... I don't give a shit about too much outside our house. I don't blame you, Joyce. Except now we have dead birds and beach whales outside our front door. So maybe I should, yeah. For Chloe's sake. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. Hm. Sehr komisch, dass wir nicht einmal ansprechen können, von wegen, dass wir jetzt diese Morpheum-Infusion holen. So, dann wollen wir jetzt rausgehen. Ich hoffe, wir können ganz schnell die Zeit umdrehen. Ja, einschalten, danke. Schublade, haben wir jetzt hier drin? Dann wird es wahrscheinlich da oben sein. Hä? In dem Schrank dann? Die andere Seite. Da haben wir sie ja. So, schalten wir mal lieber aus. Was? Irgendwann das tun wir hier rein? Oh ja. Was ist hier wohl? Hier ist gar nichts mehr. Wow. Ja. Muss ich zugeben. Oh, mit Krücken hier hat das auch angefangen. So, was haben wir hier? Ich habe nie viel über William's Bruder gehört. Der Bruder kann ihm auch nicht helfen. Schönen. Chloe lief immer, sie in ihren Schäden zu sparen. Ich will das irgendwie öffnen und sehen, was hier drin ist. Fand ich aber leider nicht. Krücken. Sie haben für Chloe gekauft. Ich hoffe, dass sie wieder gehen könnte. Leider bringt das nichts. Schade, Joyce und William können keine Hilfe von der Prescott Foundation bekommen. Schade. Naja, kriegen wir jetzt mal die... Morphium Spritzen nach unten. Oder haben wir hier noch irgendwas zu gucken. Was findest du? Schon wieder. Tatsächlich. Hm. Sehr eigenartig. Ja, wir wollen wieder runter gehen. Oh, wir können sogar Haus. Aber es hat leider nicht so viel gebracht. Und die toten Vögelrunde. Und die toten Vögelrunde. So, was ist denn mit dem Plakat, das wir selber gezeichnet haben? Was ist denn mit dem Plakat? So, dann wollen wir mal reingehen. Öffnen. Hier wir sind. Nein, das ist gut. Ja. Äh ... Före mir den Graf. Ich bin so, ich bin so ausübsfähig, aber nicht genau. Geh in den Mund rein rein, ich muss es bare machen. Es ist so einfach. Ich bin so krassig. Ich bin krassig. Ähm, okay, aber ... Geh bereit, um dich zu schreien, wenn du dich erst aufhörst. Oh, vertraue mir. Ich werde. Natürlich, mein Schmerz wird immer noch schlimmer. Aber du hast mich auf einen guten Tag gefreut. Max, ich bin so glücklich, dass ich sogar mit dir beheben kann. Du siehst? Ich bin so gut. Ich bin schon sehr hoch. Du bist so schön. Du möchtest noch etwas? Um, stopp mich, wenn ich zu emo bin. Aber, kannst du einen von den Fotosalbumen abhören? Ich muss schauen, dass wir uns von uns als Kinder waren. Bitte, meine Diary ist wie Emo Ground Zero. Plus, Max Caulfield hat keine Fotos mit Chloe Price. Ever. So, wo denn? Hier? Ah ne, hier sind ja die DVDs drin. Äh. Dann da bestimmt. Nehmen wir die zweite erstmal. Nein. Das wissen wir. Da. Mit dem Fertikum. So, da haben wir es auch. Diesmal kein Kommentar. Wow. Fotoalbum. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Oh mein Gott. Schau mal wie klein wir sind. Wir sehen uns als Kinder. Ich erinnere mich. Das ist gut. Das ist gut. Mein Vater war uns. Er hat uns tatsächlich versucht, zu uns Zeit zu geben. Und du lachtst mich. Mein Vater hätte mich verraten. Soll ich umblättern. Soll ich umblättern. Weiter umblättern. Können wir das Foto nehmen? Bitte. Das Foto. Vielleicht könnte ich... Bitte. Wir werden sie nicht töten. Das ist nicht so, wie ich es enden will. Was? 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 Ich habe mich zuerst. Was? Wichtig. Was? Was? Nein, das können wir nicht tun. Verweigern? Ich weiß es nicht. Ich nehme, ich weiß es nicht. Erstmal. Ich wäre jetzt nicht verantwortlich für dich. Ich meine, da muss noch ein anderes Weg sein. Max, du bist da für deine Freunde. Keinoje, was. Jetzt bin ich für dich zu helfen. Ich will dich helfen, Chloe, aber... Ich denke, meine Hilfe ist schluss. Auf jeden Fall hast du eine選ze. Wenn du eine Entscheidung hast, kannst du einfach... Mach es. Schau mich an. Ich bin auf der Merse von... ... jeder. Für immer... ... ich will meine eigene Entscheidung machen. Der wichtigste Teil meines Lebens. Bitte... ... hilf mir, Max. Ich kann nicht. Es freut mich, dich zu sehen. Aber ich habe kein Recht, das zu tun. Ich bin ein Junge. Ich gebe dir das Recht, eine Wahl und eine Wille. Ich habe bereits meine Liebe ihnen gesagt, aber sie werden nicht meine Wünsche honorieren. Ich kann dich nicht mit einer Überdose töten. Max, ich sterbe aus meiner Krankheit. Nein, nicht meine Wünsche. Es acceleriert den Prozess. Ich würde lieber gehen auf eine Wünsche, als eine Rock. Und ich will meine beste Freundin, um mich zu helfen. Ich werde dir helfen, aber nicht so. Du musst mir glauben, Chloe. Warum, Max? Du bist einfach auf mich, wie alle anderen. Warum gehen Sie jetzt? Du hast du schon seitdem du hier bist, richtig? Also geh und nicht zurück. Chloe. Ich werde dich nie wieder verlassen. Bitte, wir können mit dem Foto wieder zurück gehen. Denn wir müssen das rausgehen. So wird das rausgehen.